Zieh dich, ne. Okay, so Rohrbomben, voll nice. Ja, nimm mal den Kanister mit. Oh, fuck. Fuck, weg, weg, hau ab. Oh. Oh, da kommen voll viele, ey. Zeig, hast du noch Rohrbomben, ne? Oh, ich werd weggezogen. Das sind Smoker wieder. Super, danke. So. Ich muss mich unbedingt heilen. Setz weg, oder was? So. Oh, oh. Das ist schon wieder so ein scheiß Vieh, ey. Einfüllen, einfüllen. So. So ein Stay-Stay-Stay wäre auch voll praktisch. Ne, das gibt's nicht. Komm wieder. Das gibt's nicht. Scheiße. Oh, hier ist ne Rohrbombe. Das packen wir, wir haben jetzt schon acht. Ah, scheiße, hier. Auf mir, auf mir. Scheiße, scheiße. Äh, fuck, weg da. Ja. Fuck, weg. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Hier ist ein Jockey, hier ist ein Jockey. Ja, sitzt auf mir. Scheiße, 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 scheiße. Ja. Steh jetzt auf, Nick. So. Boah, ist da noch ein Medipack? Hinter dem. Achso, ja, Medipack ist noch, glaub ich. Oh, da ist ein Tank, glaub ich. Oder? Ja, da ist ein Tank. Alle auf dem Tank wieder. Was ist der denn? Da bei dir direkt. Das ist doch geil gewesen. Wo ist der denn? Hilfe, Hilfe, hier ist ne Zunge. Ja, ja, oh. Scheiße, der hat mich jetzt gleich. Ja. Oh nein, jetzt ist da auch noch ein Spitter. Scheiße, nein, ich bin gleich tot, oh nein. Fuck. Ich hab den mit der Axt kaputt. Alter, was, wie krass. Heb als erstes hier einer auf. Ich bin tot. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei. Jo, danke. Wir brauchen nur noch drei Stück. Hier, nimm mal den. Ich werf den mal einen hin. Warte. Warte. Ey, wenn wir das jetzt verkacken. Das müssen wir packen, das sind nur noch drei. Oh, Vorsicht, oh Gott, nein, da kommen sie alle. Oh, shit. Vorsicht. Scheiße. Ich hab doch noch, okay, die sind ein bisschen wieder weg. Ich hab doch noch einen Molotow, seh ich grad. Werf den, werf den. Ja, ja, nur wo, wann? Irgendwohin, yes, yes am besten. Oh nein. Scheiße, nein. Scheiße, nein. Oh nein, oh nein. Nein! Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Alter, was, ey? Oh nein, nein 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 nein. Scheiße. Ein noch, ein noch. Bist du tot? Alter, was? Nein. Nein, nein! Oh, das ist ja kacke, Mann! Nein! Gott! Läuft hier die Zeit ab oder so? Nein, nein, nein! Nein, nein! Scheiße! 19! 17! 15! Wo ist hier? 11! Oh Gott, nein! Gott, da ist er unter uns! Oh nein! Ich kann das machen! Ne! Tot! Oh, Mann! Mann, ey, das gibt's doch nicht! Ah, scheiße, ne? Das war einer jetzt noch! Mensch, Mensch, Mensch! Okay, gibt's noch eine andere Taktik? Eigentlich ist die Taktik gut! Ich glaub, nur wir sind einfach schlecht! Ich glaube, wir sollten sie vielleicht versuchen, gleich am Anfang alle Richtung Auto zu werfen! Ja, hab ich die ganze Zeit gesagt! Richtung Auto werfen! Nein! Also, ja, weil ein paar halt hinten lagen! Also direkt zum Auto werfen! Also im vorderen Bereich! Ja, ja, okay! Ich hab nen Defi! Okay! Ja, dann machen wir's gleich so! Alles klar! Moment! Achso, da war kein Medipack mehr, okay! Oh Gott! Voll der Nervenkitzel hier! Oh, ja! Ja, Leute! Hier ist wieder Action pur angesagt! Er ist so schön kommentiert! Er ist so schön hier! Ja! 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 In die volle Ladung Action, Freunde! Auf jeden Fall, ne? Ja! Selbe Stelle, selbe Bälle! Mhm! Also jetzt müssen wir's schaffen! Sonst... Sonst ist's vorbei! Sonst ist's vorbei! Ja! Das ist dein Superplan! Das ist dein Superplan! Sonst schreib ich nen aggressiven Smiley, damit du Bescheid weißt, was Sache ist! Das kann nicht wie deines aggressiven Smilies ausschauen! Ich finde, du schaust viel aggressiver deine Schreibweise aus, wenn du nichts schreibst! Die Schreibweise sieht aggressiv aus, wenn er nichts schreibt! Ja, das ist ja das Ding! Das ist das Internetmäßige! Sobald kein Smiley dabei ist, ey, du bist voll aggressiv drauf! So ist die Kitty auch drauf! Ah! Hilfe! Hilfe! Ey, ohne Witz! Ich wollte doch nur hochgehen! Hilfe! Du musst dich von hier oben schon retten! Das ist... Schlimm! Was macht ihr denn da? Ich dachte, wir holen jetzt erstmal die ganzen Kanistern weg! Ja, machen wir aber die Kitty! Die Kitty! Hallo! Das ist schon wieder ein Jockey! Ich bin volles Opfer! Ja, das stimmt! Kannst du vergessen, die Alte! Oh Gott, come on! Bitte, bitte! Da ist schon wieder ein Jockey irgendwo! Ich hör doch schon wieder! Jetzt kann ich mich schon wieder direkt heilen, ey! Jo! So, hier sind die anderen! Ja, das Problem bei denen hier hinten ist, dass sie auf einer ganz anderen Seite liegen! Ja, aber dann wirft sie so weit es geht halt in die Richtung! Ich hol die nachher! Oh Scheiße, das war so dumm! Oh Gott, ey! Kitty, diesmal bitte! Enttäusch uns nicht! Was seid ihr denn? Scheiße! Wenn du willst, kannst du jetzt schon mal anfangen mit einfüllen! Ja, klar! Oder am besten holst du die von ganz hinten, weil jetzt ist es noch ruhig! Jetzt ist es noch ruhig! So, dass wir am Ende, wenn die Tanks kommen, dass sich trotzdem einer sich vielleicht reinschummeln kann! Ja, okay! Ist hier unten! Oder ich tue sie am besten nur vorwerfen! Ja, oder das! Hauptsache irgendwie nähere bringen! So, einfüllen jetzt, einfüllen jetzt! Hilf du mal, hilf du hier mal das... Oh fuck! Hilf mir erstmal! Ja, was? Achso! Genau! Genau! So! Ist halt scheiße mit dem Nick, weißt du? Ist halt einfach dummi scheiße, der Typ! Ja! So, sechs haben wir schon! Super, super, Katie! So, will ich dich sehen, du alter Pack! Scheiße! Ich hab wieder einen! Oh! Hilfe! Hilfe! Kein Problem, kein Problem! Ist nicht schlimm! Aber auf jeden Fall hol dir mal... Scheiße! Wo ist denn eigentlich... ...Deddy Pack und heil dich! Ja, wo ist eigentlich meins? Ich hatte doch vorhin noch eins! Keine Ahnung! An der Bar sind noch welche! Ja! So, die restlichen holen! Genau! So! Und jetzt ist oben wieder eins! Stimmt! Und hier ist ein Tank! Und ein Jockey! Scheiße! Alter, der bringt mich in die Ecke! Der bummst mich! Der bummst mich! Der bummst mich! Angst! Kitty, mach mit auf den... Oh! Mach ich doch! Achso, ich dachte, du schießt auf... Ne, passt schon! Oh nein! Zunge! Hier hinten! Boah! Dieser Nick! Ja, fülle es ein! 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 Ich kann direkt wieder hier! Erste! Ne! Ich würde sagen, wir füllen die restlichen in einem und dann gehen wir wirklich zusammen! Alles zusammen! Die letzten holen! Okay! Noch einmal! Jetzt schon wieder, äh, Dicka! Waaah! Daaaah! Ich komm nicht raus aus der Kotze! Oh, Mann, ey! Kotzt das an! Immer mit der Ruhe! Wir machen das schon! Haben wir noch irgendwo hier Medipacks? Ich glaub ich hab grad das letzte genommen! Ich glaub ich hab grad das letzte genommen! So weiter! Die letzten zwei! Wir haben hier nach! Genau! Ich hoffe das sind die letzten! Ich hab auch noch einen Molotow, ne? Also wenn hier noch... Pass auf, Kid! Scheiße! Das war vielleicht ne Scheißidee! Ach was! Scheiße! Aaaaah! Hinter mir! Oh Gott, ey! Diese facken Viecher, ey! Okay! Mitkommen! Zurück, zurück, zurück! Habt ihr beide einen? Nein, nein, nein! Einer ist da oben noch! Über uns! Alles klar! Aber wir bringen den jetzt erstmal weg! Na, Rohrbombe! Da hinten sind Rohrbomben! Noch nicht einsetzen, ne? Oh, nein, okay! Oh, fuck! Hilfe! Ja! Super! Abstand! Abstand! Scheiße! Jetzt, jetzt werfen! Jetzt die Bombe werfen! Äh, Kitty, hast du Rohrbombe? Ja! Hilf die einfach irgendwo hin jetzt! So, jetzt hier die andere Treppe! Wir müssen in den dritten Stock! Jetzt packen wir! Ich werfe es runter, ich werfe es runter! Ach so, okay! Falls ich draufgehe, können wir trotzdem ohne mich abhauen! Das wäre schlimm! Hauptsache, wir schaffen das jetzt! Immer, immer am Start hier! So, ich werfe es hier runter! Äh, ich hab hier so einen Zungen-Smoker-Typ! Bist du das? Ach da, scheiße! 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 Hier, hier! Schaff ihr das? Wo ist das? So, ich werde es im Auto einfach reinfüllen! Ja, ja! Fort, wie es so schnell es geht! Ah, Kitty hat's! Sehr gut! So, jetzt versuche ich mal runterzukommen! Ah! Wo einsteigen? Da! Ihr müsst zum Auto! Euch ans Auto stellen einfach! Oh nein! Noch ein Tank! Oh, Gott sei Dank! Habt ihr den? Ja! Oh, Nick ist tot! Ja! Lass ihn mal liegen! Ja! Meinst du? Ich weiß, es sei denn jetzt ruhig! Komm mal rein hier! Ja! Oh Gott sei Dank! Ja! Schöner Schlusssatz! Oh Mann! 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 Verbrauchte Schmerzmittel! verbündet. Ja, das sowieso. Hat die Witcher am meisten gestört? Ich. Alter, ich hab die übelst schlechte Boah, Genauigkeit. 24. Kopfschüsse 9. Oh Gott. Das war ja schon mal ein Akt, die erste Map zu schaffen. Ich freu mich schon auf die Brücke. Das werden wir niemals schaffen, sag ich jetzt schon. Ja, na schön. Das war's dann, ne? Ja. Erstmal. Und dann sag ich mal, tschüss, lasst ein Like da. Was weiß ich. Voll der Befehle. Chuck Tester. Macht es oder sterbt. Abonnieren, favorisieren, kommentieren, Daumen hoch. Ja, reicht jetzt auch. Und bis zum nächsten Mal. Daumen rein und ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.